das ist cool das ist cool okay das ist eine nette idee will ich das nein hey das ist echt cool das ist eine richtig schöne nette idee und ich bin schon über 15 minuten also ich muss ja eh karten dann also von daher das ist sehr nützlich wie komme ich da oben hin ich möchte oben definitiv möchte ich da oben und wieso treffe ich dich nicht was bist du denn jetzt schon wieder okay hältst du einfach nur viele aus oder ich muss nicht direkt vor ihm stehen damit er wird das ist easy muss mir merken oh dankeschön du bist cool aber ich mag die gegner nicht dass wir zu viel reagieren und gucken wann ich springe ach nee nicht schon wieder hier hinten muss hier wieder die zwei schütteln das ist ja blöd ja genau der erste ist gleich ein treffer ich weiß nicht ob ich die pfeil pistole bräuchte ob die sinnvoller wäre hätte ich sie behalten sollen ich weiß es nicht das ist mein großes problem dass ich nichts weiß das macht ja auch den reiz dieses let's race aus dass wir es nicht kennen so wollten wir es ja auch und geschaut wie komme ich da oben hin sagst du mir nicht möchte jetzt nicht wieder nach links weil dann ist wieder backtracking und ich darf wieder gegen den kämpfen und nee so ja heute gibt es mal eine kleine längere aufnahmesession von darkwing damit ich mal ein paar parts aufnehmen kann und was ist das ach so das ist das okay das kann mir vielleicht hey hörst du auf das kann mir vielleicht helfen weil ich noch keine von den spezialwaffen so richtig lustig von daher mal gucken wie die hier ist okay vielleicht ist die mir gegen den auch wenn ich keinen plan habe wann der zu boden geht oder also tot geht stirbst du auch oder ich muss dieses so einfache lösung mein gott ich muss einfach dieses leuchtende dinge umtreffen ich bin wieder harry trottel mit dem zauber cape ich hätte mir lieber nicht alle harry potter fans auf mich schießen und weg aber nicht noch einmal gut du bist da oben du machst mir also da gut du bist ja nicht schwer theoretisch bei mir weiß man ja nie so ich möchte eigentlich nun mal durchkommen damit ich das level komplett gerne oder oben will ich hin da will ich sowas zu nehmen aber ich treffe die nicht das ist ein problem das ist ein ziemlich großes problem jetzt bräuchte ich doch wieder diesen ach ja ich hätte jetzt wieder diesen dingen seit diesen schrägschuss gebraucht den ich hier nicht mehr habe leider hätte auch keiner ahnen können das ding doch mal so nützlich wird bei ihr gelegt haja buß ja gut haja buß falsches spiel falsches anderes alles sowieso ganz andere ganz andere sparte haja ja bin ja keiner von diesen so und da kommt ab paar so dann schweben wir mal wieder rüber das ist das schöne dass ich den da umgehen kann das finde ich echt sehr geil ich weiß nicht wie lange der noch weiter fliegt also ich kann mir denken dass das hier nicht umsonst ist wieso macht man verstehe das nicht so ganz jetzt kann ich nicht hängen bleiben vielleicht komme ich so da oben hin ah ich weiß es doch nicht so zwei schüsse sind zum glück kaputt die sollte man doch schnell landen können so dann wirf mal deinen panzer wieder dass die kalt ist ja mir ist nicht kalt ich bin ja sowieso ein mensch der die kälte schätzt statt die hitze von daher ähm ich wäre ja lieber das keller da ist im sommerweg nicht so heiß auch wenn das hier so gamertypisch ist hier von wegen nie an die sonne und blaner gut ich gehe schon sehr viel an die sonne blablabla wieso rede ich so viel über mich weil ich keine anderen themen gerade weiß und mich kenne ich halt immer am besten und halte ich doch bitte dann halt nicht dann muss ich halt ihn wieder besiegen oh komm stirb i don't like you you don't like me either komm 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 und PAM voll in die Fresse Family Guy und das hat gerade gelenkt und sobald das war du bist kein Problem wenn du mal still halten würdest Dankeschön jetzt brauche ich es allerdings nicht mehr das ist cool komme ich darüber yes baby so wollte ich es ah ähm Moment so na cool gibst du gleich die Muni dafür wieder und sind wir beim Endgegner leckt mich ja gerade mal 6 Wolfman Wolf Duck ok alles klar schon verstanden wegen Mond und so du bist schnell das ist eh das ist ekelhaft vielleicht soll ich in der Mitte bleiben alles klar noch game over gegangen oh ne alles klar in der nächsten mal versuchst in die Mitte zu tun zu tun in der Mitte zu bleiben na na wo bist du da achso ich habe ja keine Spezialwaffe mehr ach hier ich du hast nicht viele KP aber du tust mir trotzdem weh und jetzt nehme ich den Schuss hier weil ich meine der kann mir sehr viel nützlicher sein stirb dann stirb halt jetzt erst meine Fresse ey ach komm ach ne du schon wieder dich habe ich vergessen ach Leute ich weiß ja dass es auf dem Weg zum Glück noch viele Leben gibt das ist jetzt der Trost den ich jetzt dabei habe ach ja so diesmal aber yes hast du nicht mit gerechnet Bitch sag ich so oft weh weißt du ja nicht wie man den au hör auf ey weißt du ja nicht wie man den da machen soll dann beim Reifen schießen weil der sehr viel aushält aber irgendwas wenn die sich schon gedacht haben und 20 Pfeiler haben hier das ist sehr gut aha ich muss den eigentlich treffen ja gut sehr gut du interessierst mich in dem Fall da nicht na ne genau ah super das ist immer sehr wichtig dass ich das dann hier bis zuletzt übrig lasse bevor nicht alle gegangen sind nein spring doch da hoch super das läuft doch wie geschnitten Brot und diesmal nehme ich das nicht mit weil ne ich halte doch das die Falldinger für nützlich du dummesau die Falldinger diesmal für nützlich ja und das ist unfair der ich weiß nicht wie ich den da kriegen soll sterb sterb danke aber das ist gut aber das ist gut und und checkpoint so komm her schildi okay das ist jetzt gerade schlecht aber ich habe jetzt berechtigte hoffnungen da oben hin zu kommen und weg da komm her super super ja ja es ist so knapp so hahaha super und das schafft oh ne das hätte ich zuerst machen müssen dann gucken wir mal wie ich mich anstelle und hoffentlich keinen Schaden nehme das wäre nämlich sehr wunderbar ja das wäre auch wunderbar und jetzt gucke ich mal ob ich gleich mit dem Dingens mit dem 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 heißt das hier Ballon der total kantig ist aber naja da hochkomme er hat es ja gerade von alleine losgelassen deswegen weiß ich es nicht vielleicht muss ich mich kurz fallen lassen und dann nochmal greifen zum Beispiel jetzt so und so ne ok also dann muss ich hier irgendwie so einen Fall entschießen und dann und das dann sehr gut hoch und hoch nein hehehehe ob das Lukas auch konnte ob er es auch geschafft hat bestimmt ist ja ein intelligenter Junge stellt sich nicht so dämlich an deinen Schlüpfen wie ich aber ich habe jetzt ein ich habe jetzt ein gutes Gefühl muss ich echt mal sagen weil das zweite Level habe ich ja dann doch relativ schnell ich habe bis jetzt noch keine zwei Parts gebraucht pro Level das ist ziemlich cool okay das hier wird jetzt wahrscheinlich das erste dann wobei man den alten ja okay ich weiß es nicht ich werde es ja gleich sehen ich habe zwei Parts hochgeladen hier drei das ist jetzt der vier fünfte ist das hier ja noch keine zwei Parts pro Level das erste habe ich das zweite habe ich sogar ein ein Halbparts geschafft das ist ja boah Bombe ey vielleicht bin ich ja doch nicht so schlecht das ist ja das ist ja mega mega geil oh ziemlich cool Leute das ist doch mal voll den äh Commentwert von euch oder könnt ihr euch mal reinschreiben wie ihr das Projekt so findet wie ihr das Let's Race so findet wie ihr Lukas findet wie ihr mich findet also also spieltechnisch also wer hier besser schneller ist also nicht spoilern aber obwohl stimmt was ist das na bei ich hier eigentlich schon wieder boah ein Käse vor allem ist es auch noch spannend jetzt habe ich sie es mir mitgenommen das ist jetzt nicht so klug aber ich kann nicht überspringen das ist gut skippen Moment 4 ok ah das ist schwer auszuweichen weil du der ist echt schwer auszuweichen das macht zwar auch der ist wirklich schwer auszuweichen das ist wirklich ok ich muss mir da grad was einfallen lassen ach so so mache ich den ah ja wenn man die Kisten springt springst du oder ja ne du machst das hier ah ok den hit nehme ich mal gucken wie viel der aushält die bosse ah das ist dumm der muss schneller sein oh der hätte ich früher springen müssen ah die bosse halten gemäß sehr viel aus das müssen wir wirklich mal ah das war dumm ja so muss ich es machen so muss ich es machen so ah ne wenn der rüber springt das scheiße das sind wirklich scheiße deswegen muss ich hier vorne stehen bleiben damit ich rechtzeitig reagieren kann ja ok komm her komm bitch warum sag ich immer bitch ich weiß es nicht ah ich kann das kaputt schieben ach sag mir das doch einer es ist gut ah nein ja 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 ok neues wort neues wort job well done ha geil special points juckt mich nicht so was kommt jetzt das war ja die Racialy Gone wir haben doch ach so neue drei level oder wie hä ich geh nochmal zur Brücke hä du wie ich weiße bellbutton hä was zur hölle aha ok 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 cool musik ah ok und ich hab gedacht jetzt kommt hier aus hm hä what the cool cool ich bin keine fünf Meter weiter gekommen oder so ah ich dachte ich hätte jetzt irgendwas ob es reicht geh weg Rosenstrand Alter die sind ja voll gefährlich wie so wie soll ich denn die hä guck mal erst bei der Hund weg ach dass die in alle Richtungen feuern kann ist fies auch und die egal ich mach schluss bis dann ich mach schluss bis dann